Hey Leute und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 9. In der letzten Folge haben wir unsere Base fertig gebaut, also nicht ganz, das Lager aber fertig gebaut. Und wir haben auch jetzt hier ein bisschen mehr zu sehen. Groß ist, große Dinge gemacht. Wenn ihr vorhin nicht gesehen habt, schaut mal auf den Kanal, die ist bereits schon hochgeladen worden. Wir werden auch jetzt heute mit einer weiteren Sache weitermachen, aber mal ein anderes Thema. Wir haben die letzten drei Base-Baufolgen auch mit dem Lager verbracht und ich möchte mal ein paar variable Themen behandeln. Deswegen machen wir weiter mit was anderen und zwar geht es heute auch schon mal in Richtung Shop und Shopping District. Ich werde den Kupfershop demnächst anfangen zu bauen. Ihr werdet dazu auch ein Video sehen, wo wir das alles komplett hochzimmern. Wahrscheinlich werden wir es im Stream dann aufnehmen. Also wer gelinglich Zeit Lust hat, schaut mal die Streams vorbei, da gibt es noch viel zu sehen. Auf Twitch, Link in meiner Videobeschreibung. Aber heute, ich muss ja um was verkaufen zu können, auch erstmal an was rankommen. Wir werden den Kupfershop machen und ich werde Kupfer besorgen. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig. Richtig viel Kupfer. Und das geht in der Minecraft 1.18, zumindest mit der 1.18 World Generation, auf eine recht einfache Art und Weise. Nämlich, wir müssen in der Welt Ausschau halten nach Kupferadern. Eine Ader habe ich bereits schon an Max verkauft, damit ich den Kupfershop machen kann. Und dann haben wir uns auf diese Art und Weise geeinigt. Andererseits habe ich aber gesehen, neben meiner Base oder direkt unter der Base ist eine gigantische Kupferader. Und das machen wir jetzt noch einfach mal. Wir düsen dahin und plündern etwas weg. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern, das Ganze auszugraben. Aber ich hoffe mal, dass das irgendwie klappt. Pass mal auf, ich zeige mal, wo ich das gesehen habe. Nämlich, wir müssen nach hier vorne tauchen. Ja, das ist unterwasserisch, habe ich das gesehen. So, wir müssen in eine Unterwasser-Cave rein. Und zwischen Granit könnt ihr öfters mal... Oh, das nehme ich mit, das brauche ich fürs Lager noch, für die Itemframes. Wir haben den Glow Squids. Ja, ich habe es sogar gekriegt. Ihr seht hier öfters... Ne, warte mal, ich habe mich gerade verirrt. Alarm, warte mal ganz kurz. Stopp, stopp. Da, hier ist sie doch. Hier ist sie, hier ist sie. Eine Kupferader. Und hier seht ihr so lauter Brocken. Ich weiß schon, man hat angefangen zu buddeln. Aber das ist ja nicht alles. Wenn ich jetzt hier reingehe, seht ihr Kupfer, 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 Kupfer. Und mit hunderten und tausenden an Kupferblöcken ist jetzt so eine riesige Ader, die jetzt hier in die Erde reingeht. Also, wenn die auch so generiert ist, wie ich sie aus Test- und Snapshot-Versionen schon gekannt habe. Und hier gibt es jetzt Erz des Todes. Zwölf Kupfererzen, damit fangen wir an. Wir müssen natürlich noch viel mehr abbauen, dass das nächste und dieser Spur folgen. Und das probiere ich jetzt einfach mal. Mal gucken, wo wir dann rauskommen, wie weit wir durcheiern. Hier seht ihr es auch, das gehört alles dazu zur Kupferader. Da ist auch noch was an der Seite. Wir müssen gucken, dass ich es einigermaßen gut abgegrast kriege. Und ich habe sogar noch eine zweite gesehen. Die habe ich bereits auch schon gelootet. Da habe ich schon die Ärzte alle parat. Die kann ich dir auch gleich zeigen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da wirklich alles gelootet habe, weil das war natürlich sehr, sehr viel. Aber zumindest ein gutes bisschen davon. Und ihr könnt ja mal eine kleine Wette machen. Was schätzt ihr? Wie viele Kupferer werden wir heute in dieser Folge zusammengefarmt bekommen? Haut mal eure Einschätzung in die Kommentare und nach dem Stream, oder nach dem Stream, nach der Folge könnt ihr auch mal reingucken. Ups, was ist hier passiert? Da ist eine Cave drin. Ach du Alarm. Und nach der Folge wollte ich gerade sagen, könnt ihr ja nochmal das Ergebnis vergleichen und so. Jo, ist ein Mien-Schacht gefunden. Okay, ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es hier die Ader durchgeht. Dann muss ich das nicht unter Wasser machen, wobei das unter Wasser eigentlich ganz nett ist. Egal, sagt mal Bescheid. Ich schätze, wie viel es wird. Ich mache mich an die Kupferader ran. Und dann werden wir einen riesigen Haufen machen an Kupfererz. Den komplett abbauen mit Glück 3. Ja, und dann sind wir absurd. Haben wir absurd viel zusammengekriegt. Ach genau, eine Sache noch erwähnenswert, bevor es jetzt losgeht. Folgendes. Leute, warum baue ich keine Kupferfarm? Ganz einfach. Eine Kupferfarm funktioniert in der Regel so mit Ertrunkenen, dass man Zombies ertrinken lässt. Ja, dann haben wir Drowns, dann killt man die im Schwert. Erstens, man muss aktiv was machen. Und mit Looting halt die zu klatschen und so weiter und so fort. Das ist anstrengend. Und in einer relativ einfachen oder normalen Form, standardmäßig, kriegt man so 200 Kupfer die Stunde. Ganz ehrlich, das geht hier um vielfache schnell. Mich die Erze, alle umbauen, habe ich längst schon 200 Kupfer zusammen. Also, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Scale und viel, viel einfacher. Deswegen keine Kupferfarm. Ich finde, die lohnt sich nicht für große Stile. Ja, und ich baue die lieber so ab und mache einmal einen richtig großen Haul. Richtig viele Erze, baue die mir Glück ab. Hau das alles durch und verkaufe das. Und das muss ja erstmal wegkommen. Ja, ansonsten bei den Preisen. Ich werde den Shop anpassen nach Angebot und Nachfrage. Im Klartext heißt das, wenn ich gerade viel auf Vorrat habe, kann ich die Preise günstiger machen. Wenn gerade wenig auf Vorrat ist, mache ich sie teurer. Einfach, weil ich das halt per Hand farme und farmen muss und auch eine Farm ebenfalls händisch wäre. Es ist eine schwierige Ressource. Müssen die Käufer halt mit klarkommen. Sie müssen regelmäßig reingucken, wie viel Kupfer gerade auf Vorrat ist und wie teuer die Preise sind. Im Prinzip so wie bei einer Tankstelle. Wenn gerade Sprit teuer ist, ist es halt gerade teuer. Genauso wird es auch hier von mir gehandhabt. So, genug gequasselt. Ich lege mal los, baue ein bisschen ab und wir sehen uns gleich beim Auswerten und schauen, wie viel wir davon haben und den riesen Berg bauen und abbauen. So, Leute. Also, in dieser Ader habe ich irgendwie den Faden verloren. Auch als ich mich immer an die Ecken gegraben habe, die sind ein bisschen abgebohren. Vielleicht ist es eine Cave dazwischen oder ähnliches. Ich habe es gerade ein bisschen schwierig, hier noch weiter voranzufinden. Vielleicht muss ich da eines Tages noch mal ein paar Tiefenbohrungen bei Stichprobe machen und in der Hoffnung, ich finde die Ader wieder. Jedenfalls ein bisschen habe ich hier rausgezogen. Erstmal fast drei Stacks, aber das ist noch nicht alles. Ich habe auch erstmal hier nochmal zwei Raw Copper Ores und sowas gekriegt. Und ich habe hier noch die andere Kupferader gelootet. Was ist auch eine Kupferader hier? Und die andere Kupferader, da ist noch mehr zusammengekommen. Die werde ich ebenfalls noch mal beleuchten. Ich schaue mal ganz kurz, ob hier eine Kupferader wieder ist. Sieht aber gerade nicht so aus. Es kann auch einfach manchmal sein, dass ein ganz normales Erz, ja, sieht normal aus, da rein generiert ist. Naja, ich glaube, hier ist erstmal Endstation. Was für ein Tunnelsystem schon wieder. Egal. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie viel es ist, wenn ich das alles dann abbau. Ich werde euch die Stacks zeigen. Es sind im Lagesystem. Sehr, sehr viele. Viel, viel mehr als hier. Ich glaube, ich habe nochmal irgendwie 15 Stacks Erze schon da drin noch. Aber wenn die alle abgebaut sind, dann platzt mir wirklich alles weg. Okay. Ja, dann gehen wir mal los und wir ernten das alles ab und wandeln es um. So, und hier ist die Kupferkiste. Wenn ich das rausschmeißen würde, habe ich jetzt 18, 19 Stacks. Fast 20 Stacks insgesamt jetzt zusammen. Plus das, was ich hier schon in Raw Copper umgewandelt habe. Wenn ich die zusammen crafte, dann wird das was. Dann würde ich sagen, ich habe die Glücksspitzsacke am Start und wir bauen mal einen riesigen Kupferhaufen, wandeln das alles um und ich bin echt nur überlegen, ob ich direkt schon geschmolzenes Kupfer reinmache oder ob ich Raw Copper nehme. Ja, also das wäre dann 1 zu 1 umwandelbar. Müssten wir mal schauen. Ach, stopp, Leute. Ich kann das Inventar nicht so voll machen. Da habe ich ja gar keinen Platz mehr zum Einsammeln. Ich fange jetzt mal an, ganz normal mit einem Stack oder so. Oder nein, nein, nein. Ich baue alles auf. Wieder so ein riesiger Kupferhaufen, so wie letztes Mal das mit dem Digas in Crafted Deck 8 und mal gucken, wie viel rauskommt. Let's go. So, Leute, dann, ja, die Pyramide ist da. Das war nicht eine gute Pyramide. Ich wollte es eigentlich klumpiger machen, dachte auch so ein bisschen mehr, aber es ist halt solide gefüllt mit Blöcken und da kommt schon ein bisschen was zusammen. Das war jetzt nicht so viel wie bei den Deerärzen, aber da, das war ordentlich. Da habe ich ja eine ganze Kiste Deerärze gehauen. Ich bin mal gespannt. Hier sollte viel mehr an Kupfer rauskommen, wie damals Deers, weil es ploppen ja auch viel mehr Kupferingots oder Raw Copper aus seinem Kupferärz raus, als bei den Diamanten der Fall ist. Ja, und jetzt machen wir das und bauen es auch wieder an. Let's go und direkt wieder runter. Ja, und jetzt machen wir das. So, Leute, es ist vollbracht und das ist die Ausbeute. Das sieht jetzt erst mal wenig aus, aber ihr solltet wissen, diese Blöcke von Raw Copper, das sind 9 Stacks Kupfer. Das ist so, wie als wenn ich Eisenblöcke hätte. Also, im Prinzip sind das jetzt hier, wenn ich das mal rausnehme, das sind jetzt 16, 16,5 Stacks Kupfer, auch gar nicht mal Kupferblöcke, sondern Eisenblöcke und Kupferblock. Der wird ja auch nochmal anders gemacht. Für den Kupferblock muss man nicht hier 3x3 machen, so, mit Raw Copper, sondern Kupfer kriegen wir ja mit, hier, 2x2, oder? Warte mal ganz kurz. War das drin? Wurde das mal geändert? Oder was ist da der aktuelle Zwischenstand? Wenn ich hier die Kupferblöcke nehme, ah nein, ging nicht mehr, ging nicht mehr, ging nicht mehr. Kann das sein, dass die das mal, okay, never mind, das war im Snapshot mal so, mittlerweile ist es so. Trotzdem verrechnet, aber dennoch. Okay, dann ist es direkt umzurechnen. Wir haben hier 16,5 Stacks Kupferblöcke und 16,5, also erstmal 16 mal 64, das sind 1024, plus 3,1 sind 1055 mal 9 und jetzt haben wir die Ingets. Wir haben 9495 Ingets, also mit allem zusammen, hier habe ich jetzt 9000, wenn ich so reindecke, 9500 Ingets, okay, da reichen noch, glaube ich, hier die 8 Raw, die habe ich in den Blöcke zusammengefasst. 9500 Kupfer gefarmt in dieser Folge. Holy moly. Ja, das andere hatte ich irgendwie schon mal die Nacht in der anderen Quelle gefarmt, das gehört aber eigentlich noch mit dazu. Das ist doch insane gut und die Frage ist halt, wie wir das preislich gestalten. Mal angenommen, ich würde ein Stack Kupfer für einen Diamanten verkaufen, dann mache ich mal 9500, geteilt durch 64, dann komme ich auf 148 Stacks, also wären das über 2 Stacks Dias und ich bin mir noch nicht sicher, ob das nicht sogar zu billig dafür wäre, weil Kupfer, man muss es manuell haben, es braucht auch ein bisschen viel, vielleicht starte ich mit 32 Kupfer-Ingots, 32 Kupfer für einen Dia, ist hoffentlich okay. Müssen wir mal schauen, leider kann man nicht so viele Blöcke draus machen, ein Kupfer ist halt teuer, das muss mit bedacht werden, das muss per Hand gefarmt werden, aber jetzt so vom ersten Verhältnis würde ich mal Standard erstmal ganz vorsichtig anpeilen, 32 Kupfer für einen Dia, was glaube ich okay, das habe ich teilweise mit Gold auch letztes Mal gehabt und das habe ich automatisch sparen können, 32 Gold oder mit 48 gestartet, 48 Gold, egal, irgendwie sowas in den Dreh, ich glaube, das war auch der Preis für einen Goldschab, ich habe es von 32 mal auf 48 Gold pro Dings erhöht, das hatten wir mal angepasst, aber auch leicht gestartet, einen halben Steck-Kupfer für einen Dia, hört sich erstmal fair an, um dem es heißt, die Kupferblöcke so teuer sind, aber da muss halt jemanden, mal schauen, mal schauen, was verkauft, wenn nicht machen, ist billiger, das übliche halt, aber gut, das sind umgerechnet, wenn ich das ausbaue in hier, Copper, das sind ja 9 Stacks, das heißt, das hier würde die komplette Reihe hier füllen, wenn ich das in Raw Copper mache und Raw Copper habe ich jetzt insgesamt, ja, wenn wir das umrechnen würden, das ist jetzt eine Doppelkiste, so, dann haben wir hier zwei Doppelkisten, ja, zweieinhalb Doppelkisten, fast drei Doppelkisten voll mit Kupfer und das ist ist doch jede, jede Menge, okay, Leute, der Shop wird dann in der nächsten Folge mal passieren, vielen Dank fürs Zuschauen, da habe ich schon was überlegt, habe ich auch noch ein bisschen an schon angefangen, streamen werde ich ja wahrscheinlich vielleicht heute auch weitermachen, wenn ihr das Video seht und dann das Finalisieren eröffnen und dann geht's ab, ich bin gespannt, bis dann, lass gehen, ciao, ciao, tsch 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 Vielen Dank.